Was war der Stream nicht aus? Ey, war der Stream aus? Oh Gott, der ist aus. Ist der jetzt wieder an, ne? Ich weiß nicht, wo ich hin soll, Alter. So, du hattest 1657 Vio. So, toll, das ist der Stream aus, ich kack hier. Was, er hat mich entdeckt, was, 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 oh mein Gott, nein, er ist da, oh mein Gott, er hat mich entdeckt, scheiße, was ist denn hier los, was soll ich denn hin? Boah, warum bist du so schnell, warum bist du so schnell, Alter? So close, ich hab Angst, ich weiß nicht, wo ich hin soll, oh mein Gott, da ist er, da ist er. Ich denke gar nicht mal an der dunklen Tür. Ja, er sieht mich nicht, aber warum läufst du direkt auf mich zu? Ich kack mich ein, Alter, wo soll ich denn hin? Also von dem Geo-Extall wieder würde ich erstmal sagen, wie ein Chaos. Oh, ich bin sicher, ich bin auf einer fucking Leiter, ich bin auf einer fucking Leiter. Komm jetzt her und guck dir das mit mir an. Nee? Gut, schützer. Alter, so, meine Güte, jetzt gibt es erstmal ein Stückchen Waffel. Oh, Gott sei Dank, Alter. 1,8 K, oder ist das ein Twitch-Bug? Alter Schwede. Der hängt an der Waffel, erst mal an der Waffel, Alter. Alter, ich häng an der Waffel, ey. Erstmal eine Waffel, Alter. Oh, erst mal eine Waffel, Alter. Boah, da geh ich nicht nochmal rein, Alter, da geh ich nicht nochmal rein. Mach ich nicht mehr mit, ey. Huh. So. Meine Güte. Waffel stirbt am Herzinfarkt. Ja. So, huh. Meine Güte. Was ist denn jetzt, was ist los? Ist der Stream wieder online? Nein, ja, ne? Ja, der ist an. Boah, bei mir lebt gar nichts. Geh einfach wieder auf dein Spiel. So. Ja, ich gehe gleich wieder auf mein Spiel. Wenn ihr mich unterstützen wollt, den Knallen mög, bla bla. Adblocker aus. Ähm, ja. Eben eine Minute Werbung. Ich werde mir einen Kaffee machen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Also, bis gleich. Ah. Ich brauche einen Kaffee da drauf, Alter. Ich brauche einen Kaffee, ey. Ich brauche einen Kaffee. 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 Kaffee ist immer eine gute Idee. Läuft Werbung, ne, oder? Ey, Typ. Was? Werbung läuft, ne? Ja. Gut, ansonsten sitze ich hier und mach nix. GZ Bandwink, freut mich für dich, dass du mich nicht unterstützen willst. Läuft die Werbung noch? Ah, ich hab keine Ahnung. Ich muss selbst gucken, wie lange die noch geht. Ich will nicht weiterspielen, wenn Werbung läuft. Das wäre für die App-Blocker außer haben natürlich abfuck. Und deswegen müssen wir warten. Warten. So, da sind wir wieder. Dann kann ich jetzt auch loslegen. Weitermachen. Du bist gezwungen, mir den Scheiß reinzuziehen. Also du bist nicht gezwungen. Aber ich weiß, du machst das gerne. Ja, 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 ist ja gut. Ich bin back. Was ist das? Was ist das? Was zum Teufel soll das? Ach, der rüttelt da rum. Na toll, Alter, jetzt bin ich wieder hier in so einem Scheiß, oh mein Gott. Habt ihr das gehört? Wer ist das? Hinterher laufen. Komm her, du verzweifelter Typ. Oh, da hat irgendwer geschrien, da schreibt wer, das ist scheiße. Ich gehe trotzdem hin, ich gehe trotzdem hin, ich gehe trotzdem hin, ich gehe trotzdem hin. Oh, diese Scheißhauen sind so übel. Was geht hier ab, was geht hier ab? Was soll das? Oh, wie geht's? Ist das jetzt das Ende der Kanalisation? Darf ich hier raus? Nein, okay. Ist gut. Batterien bald alle? Oh fuck, nur noch eine. Oh, Bullshit. Was ist da? Muss ich irgendwas mit ihm machen? Was soll das? Was zum Däubel soll das? Wer stampft denn hier so rum? Solch eine Lautstärke in der Kanalisation? Ja, können die sich nicht mal beherrschen? Oh fuck, da will einer rein. Soll ich die Tür aufmachen? Jetzt ist er weg. Na klar. Aha. Ich stehe neben der Tür und es hört auf. Alter, ist das ein Crabble. Ja, ich weiß, ich muss aufmachen. Ansonsten geht es ja anscheinend nicht weiter. Oh, da sind hier irgendwo Schränke? Kann ich nicht nur noch Schränke? Hallo? Ne, okay, okay. Dann mache ich ohne Schränke auf. Tschüss. Ich mache jetzt diese Tür auf. 3, 2, 1. Dab. 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 Heureka! Oh, ist keiner hier. Huh, Mensch. Haben wir nochmal Glück gehabt, nicht? Mann, ich hasse es, in diesem Scheißspiel Türen aufzumachen. Ja, ich hasse es, Türen aufzumachen. Meine Güte nochmal, meine Güte. Ja, ich habe halt immer wieder, ähm... Huh, ha, hi, ha, hu, kämpfen. Gut, nicht. Okay. Ah. Ah, ich hasse es. Dieses Spiel. Oh, genau, genau. Krabbeln wir jetzt durch einen Schacht. Alter, krabbeln wir jetzt durch einen Schacht. Boah, Junge, ey. Ach, es ist gar kein Schacht. Es ist ein Riesenraum. Na toll, mit irgendwelchen Vorhängen drin. Nö, ich... Ja. Das ist Outlast. Ach so, Saria. Danke. Tschüss. Gut, du hast einen Verwaring. Mum. 000,000,000,000,000,000,- Wieder was lesen, Alter. Endlich wieder was lesen. Krankenbericht von Rick Trager. Dieser Patient hat es leider auch nicht geschafft. Ich habe mein Bestes gegeben, aber ich bin ja schließlich nur ein Doktor, kein Wunderwirker. Und ich bin auch ziemlich neu in diesem Geschäft. Ich lerne die ganzen Erstkniffe noch. Achso. Wie auch immer. Jemand muss schließlich das Fett von dieser Katastrophe namens Projekt Wallrider wegschneiden. Wallrider anscheinend haben. Wir haben viel Geld verloren, seit die Sache wegen diesem Billy gescheitert ist. Aber mir ist es gelungen, das Personal um über 80 Leute zu reduzieren. Kurzfristig gesehen bedeutet das Ersparnisse bei den Gehältern und langfristig bei den Renten und den Kosten für die medizinische Versorgung. Und ich habe viel über Biologie gelernt. Ich war mir bisher nicht ganz sicher, aber jetzt kann ich mit absoluter Gewissheit bestätigen, dass ein Mensch ohne Nieren nicht leben kann. Man lernt jeden Tag etwas Neues. Oh, achso. Ein Mensch ohne Nieren kann nicht leben. Gut, dass du das jetzt herausgefunden hast. Du vergültter Doktor, Alter. Freak. Ne, wo soll ich denn jetzt hin? Hm. Oh. Kann man nicht mehr hinter die Vorhänge gucken? Irgendwie kann ich das nicht anklicken. Ach so, oh man, ihr seid so gut, danke. Also ich wäre jetzt hier noch eine halbe Ewigkeit rumgegangen und hätte mir den Blut auf dem Boden angeguckt. Also sowas. Du willst dich dahinter schauen? Doch, eigentlich wollte ich dahinter schauen, ja. Oh nein. Ich habe das Gefühl, ich sollte abhauen. Oh, leck mich. Ich glaube, ich bin tot. Okay, okay. Meine Freundin in Sonne. Ich gehe jetzt einfach hier durch und mache die Tür wieder... Was? Nooo, nein. Wir haben es verstanden. Ach so, es geht sofort hier weiter? Okay, 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 okay. Jetzt weiß ich, diesmal weiß ich. Warte. Okay. Warte. Tür auf, und wieder. Warte. 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 Oh, Mann. Oh fuck, was? Oh mein Gott. Oh fuck. Was? 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 Da geht's dann? Okay. Ah, Cock, Cock. Cock, Cock. Die wollen meinen Cock. Die wollen meinen Cock. Ich hau ab. Die wollen meinen Cock. Die wollen meinen Cock. Ich bin weg. Ich bin raus. Die wollen meinen Cock. Du bist nicht einer von ihnen, sind Sie? Richtig, geh in den schulden Wetter, wenn Sie leben wollen. Was ist denn jetzt los, Alter? Oh. Oh, you're that bullshit priest's guy, aren't you? He's a witness or whatever. You must be exhausted. Let's take a break, huh, buddy? You'll do a martini lunch? Hm? I have a little confab. Blah, blah, blah. Failier than you look. A little cardio wouldn't kill you. Okay, here we go, aren't the legs inside the car at all times. Ha, ha, ha. Das Spiel ist richtig krank. Mensch. Ich will frei sein. Ich habe ihn nicht verletzt. Ich habe ihn nicht verletzt. Ich habe ihn nicht verletzt. Ich bin der Film. Vielen Dank für die kommen. Ich beginne deine Consultation. In einem Moment, wir müssen uns einfach mal wassitzen. Und... Und... ... und... ... und dann machen wir die Sprecher. Und dann wird uns eine Chance zu sprechen. Das Nacht. ... Nimm das weg. Das ist scharf. Das ist nichts für kleine Kinder. Das ist auch nichts für dich. Das ist scharf. Aber was passiert, wenn alles Geld ist? Alles Geld wird, wenn alles Geld ist. Alles Geld wird, wenn alles Geld ist. Und das ist das für mich. Das ist das für mich. Das ist das für mich. und das ist das für mich. Oh.. Das ist wirklich was 합니다. Hier ist jemand, wie ihr dich schlüftet. Wir haben einen Verkaufenspakt mit Verdrucks und Produkte gemacht. Das Ding wird es verkaufen! Ey, Junge, Junge, mach das sauber! Wenn ich diese Person wäre, würde ich das jetzt sauber machen. Ich bin Altenpfleger und bin Hygienebewusst, ja? Zumal würde ich das hier wegräumen, zumal würde ich meine Finger suchen und ab ins Krankenhaus. Tschüss! Was ist jetzt hier los? Wo ist der Typ? Ja, ja, ich komm schon. Ja, ja, ich komm schon. Niemand! Er wird dich finden. Er wird dich töten. Er wird jetzt weg. Träger! Träger! Oh, was? Was? Oh mein Gott, der kommt ja um mich zu töten. Come on, was ist denn los? Sei freundlich. Was ist denn los? Ich fühle mich. Ach so, der kommt wirklich und tötet einen. Ich höre mir das an, was der mir so erzählt, der Typ. Und dann kommt der Typ und tötet einen. Töne. 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 Hehehe. Er wird mich niemals finden, denn dieses Bett ist so erfüllt und ... Ach, die Beine dieses Betts, die sind so breit und die decken mich so ab. Das ist der Hammer, wisst ihr? Genau aus diesem Grund, weil man kaum etwas unter diesem Bett erkennen kann, wird er mich niemals finden. Okay, Consale, nobody, nobody, nobody will find you, he'll kill you, he's coming now, Stringer, Stringer! I see what's happening. You're bored. You want a little attention. Perfectly understandable. I'm here for you. I'll give you... very special attention. Fuck! Fuck, really? Let's teach you the seven habits of highly refrigerated people. Was? Ein Schlüssel? Oh mein Gott. Kann ich diesen blöden Doktor nicht einfach verprügeln? Na gut. Für mich ist an dieser Stelle... Ja, ist gut, ist gut, wir haben es verstanden. Für mich ist an dieser Stelle erstmal wieder Schluss. Mit Auslass. Wir starten dann wieder beim Doktor im Bad anscheinend, wo mir anscheinend zwei Finger abgeschnitten wurden, weil er Spaß daran hat. Ach, warte mal, LOL ist ja gar nicht online. Ups. Oder?